1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 8. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 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 Also die Fade auch gegen die Rumpfgeschossen. Also das Spiel dick und mischt. Also die Rumpfgeschossen. Also die Rumpfgeschossen. Nur mal da auf die Rumpfgeschossen. Also 2 vor 1, das ist gut für die Rumpfgeschossen. Und die hier vorne, die Rumpfgeschossen. Und die Rumpfgeschossen. Kommen Sie jetzt zu den Monatipp-G withstand und die Rumpfschossen. Jetzt habe ich meinen Rumpfgeschossen hier weil ich meine Rumpfgeschossen war noch hier. Das kann ich nicht mehr machen. Wir machen alle Rumpfgeschossen hier. Von der Rumpfgeschossen. und das ist die Anstrengung. Danke für den richtigen Punkt. Jetzt kommt der Rücken. Es gibt einen kleinen Punkt. Vielen Dank. Der Vorhinein führt sich um nach unten zu drehen. Ich komme von hinten. Ich finde ihr, dass wir das Knie mit der Rücken Alles. Wenn man die 1-Stelle von der 1-Stelle kommt, dann kommen wir bei der 2. Wenn man die 1-Stelle von der 1-Stelle kommt, dann kommen wir bei der 2. Wenn man die 1-Stelle von der 1-Stelle kommt, dann kommen wir an der 3く, das wird weitergehen. Alles. Wenn man die 1, dann losDI то und die 1-Stelle im DOD-Innen Vielen Dank. So, wir kommen zu, die Ladung wird schon passiert. Jetzt heisst du, alle wieder anbieten. Danke, Karl. Danke. Also, jetzt geht es mal eine Minute. Schmied in, für alle wieder. Also, das ist so. Kommt sich zur Änderung im Mittag. Am besten anbieten würde ich mit so einem Neidernis kriegen. Wir müssen einmal, jetzt eins und unteren, gestern, nicht schmied mitgekommen. Kommt sich die Mäste. Ja, da ist doch jetzt wieder 14. Das wird jetzt aber schwer. Die Sons fahren alle Kanzler vom Mittag. Ansonsten kann man schon die Seite stellen. Die Nummer eins mit dem Platz eins. Zeig und Toro. Ich habe uns vorstellt jetzt morgen. Die Jobruppe. Nein, ich sage nur, ich glaube, das ist für den Spiel, Tico. Ja, nur, den Sieger. Ich bin lieber der Rauch. Da steht der 1.2.7 fest. Der Ritter eigentlich auch. Der Ritter steht im Fahrzeug.